ja hallo leute und herzlich willkommen bei einer neuen pokémon reihe ja ich habe vor einer knapp eine stunde vielleicht weniger eine edition gefunden von jemandem aus youtube der sie selber stellt hat mit dem rpg maker ja dieser ist der erklärer markt er hat diese edition selbst gemacht mit dem wie gesagt mit dem rpg maker ich habe mich also als allererstes glaube ich keine ahnung mich direkt bei ihm gemeldet und folgt dieses spiel let's play das spiel ist in der beta phase spielzeit sind umgerechnet zwei bis drei stunden wenn ich nicht nicht da recht entlesen habe ja es gibt 100 selbst gemalte pokémon es gibt neue items es gibt einfach alles und ja wir wollen einfach mal starten es ist ab 16 also sollte so sein ab 16 es ist wie pokémon feuergrün so eine abklatsche so eine verarsche version hat man mich habe mich jetzt ein bisschen mal so in die erste stadt so reinge eingeguckt und so also war schon recht amüsant ich werde alles mögliche den download link von ihm werde ich in die video beschreibung packen den kanal dann könnt ihr auch mal da vorbeischauen weil er macht gute rpg maker tutorials für pokémon für die die sich mal selber ranwagen wollen ein eigenes pokémon spiel zu basteln ja wir fangen jetzt einfach mal an keine großen worte es geht los es geht los achtung dieses spiel ist eine satire und sollte auf keinen fall ernst genommen werden jegliche formulierungen sollen in keinster weise den spieler schädigen oder persönlich angreifen es ist alles nur ein spiel ja das fängt ja schon gut an hey du da normalerweise würdest du genau an dieser stelle die chance haben zwischen dem audio intro und dem normalen intro zu wählen da dieses hier aber noch die alpha oder beta version ist habe ich das noch nicht vorweg genommen somit gibt es für dich erst mal nur das normale intro genug schlag worte das einzige was zählt hässlich oder sehr herzlich da ich einmal schon sehr hässlich genommen habe nehme ich jetzt erst mal hässlich weil ich gerne bist du möchte was das ist okay hätten wir sehr herzlich genommen würden wir komplett pink sein ja also die klammer und hinten sich nur geändert die schöne der die schöne der hässlichen ich weiß bescheid hau raus wie ist sein name ok ich bin also ein mädchen ich habe gedacht weil das junge mädchen oder so neben mädchen ja kommen wir nenne ich mich denn ich nenne mich jetzt einfach mal ich nämlich jetzt raus oder ja wo es kommt rosa rose rose ok rosa rose knie gut sehr schön das ist schon alles was ich wissen wollte den rest erfährst du in game viel spaß bei pokémon marcus masses edition alpha oder beta 1 ja wir sind da juhu hey schätzchen du hast dich gestern abend so richtig abgeschossen als ich dann abgeholt habe hast du deine handtasche auf der straße verloren ich habe sie dann aufgehoben und mitgenommen hier ich hoffe ich habe alles erwischt was rausgefallen ist rose erhält die handtasche zurück ob wirklich alles drin ist bevor ich es vergesse ich habe gestern eine nette lady kennengelernt die bei uns übernachtet hat nach dem tod deiner mutter muss ich schließlich irgendwann auch mal wieder spaß am leben finden bitte stören sie nicht ich hab dich lieb alles klar ja wir checken jetzt erstmal was aus hier handtasche laptop rose fährt der laptop hoch pokémon bewegen ruckel kurz habe ich irgendwas alles die boxen sind aber neu und so alles neue so gemacht pokémon ja wir haben ja keine pokémon items bewegen ja haben wir auch nicht online shopping oh hoppala noch mal so online shopping willkommen im online shopping was möchtest du tun bestellen man kann pizza bestellen ein neues item gibt dem pokémon ein stück pizza lädt die kp um 25 auf ein hähnchen essen für das pokémon lädt die kp um 60 auf loopball schlechtester ball den es gibt stiftung waren test sagt 12 von 100 kunden waren zufrieden also ein wirklich schlechter ball natzer eigentlich ziemlich gut dabei ernappt voll rein stoff für 15 ap hat eine ausgewählte attacke wieder auf und kimmels zemmels keine ahnung ist der nachfolger von beleber ist letztlich hat drei viertel der kp wieder auf sieht doch nein ich möchte es nicht kaufen nein 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 ja das war es dann raus hier handtasche was haben wir hier in unserem beutel ach quatsch beutel ja im game musik kommt draußen deswegen so karte nach beutel nichts sondern dann gucken wir mal die karte damit gespannt karte in demo gesperrt oder ist aber langweilig schade safari zone ok option braucht man ja nicht und machen wir weiter hier gibt es doch den trainer passt uns doch mal anschauen hässlich hässlich gut wenn da wenn ich sehr herzlich genommen hätte wahrscheinlich sehr herzlich vermute ich doch mal ja kommen wir gehen wir zu unserem vater es hört sich so an als ob dein vater mit einer frau sein spaß hat er scheint immer der tod einer mutter wegzukommen zu sein stören immer nicht alles klar vater dann gönnen ihr mal da wo hier ist dunkel kann man hier nicht anmachen man ich vertauschte immer die knöpfe so raus jetzt haben wir auch musik hey du da wir werden gleich die schule sprengen möchtest du noch etwas über diese pokémon welt erfahren bevor es krach bumm macht und dann sollen wir sofort loslegen und du wirst nicht gespoilert über die pokémon deren level erfahrungspunkte items blablabla was sagst du ja doch wir wollen ja schließlich wissen was der gute mark hier für uns gezaubert hat also erzähl mal hier nun gut machen wir den crash kurs da alle lehrer schon raus geflogen sind bin ich nun dein lehrer es gibt insgesamt mehr als 100 pokémon die vorher noch nie zu sehen waren fast alles selbst gezeichnet mit paint und co aber mit paint ja ja 100 100 und mehr hört sich jetzt vielleicht wenig an aber du willst sehen was es alles alles noch damit auf sich hat außerdem gibt es komplett neue items zudem wurde das erfahrungs system überarbeitet ein pokémon level 1 braucht zehn erfahrungspunkte kurz ep erreicht erreicht es damit zwei benötigt ist 11 level drei braucht es wiederum 12 b und so weiter sprich immer einen ep mehr pro level ab das hört sich jetzt vielleicht zu leicht an aber selbstverständlich geben die pokémon alle nicht so viel ep das maximum level der pokémon wurde auf 500 hochgeschraubt mit einem kreuzschraub daher einige pokémon können sich mehr als nur zweimal entwickeln und es gibt komplett neue attacken insgesamt mehr als 500 wann sich welches pokémon wie entwickelt kannst du später an deiner kannst du später an einer stelle nachlesen die du im spielverlauf triffst wie du bist doch von den 500 level geflasht jetzt soll man nicht rum selbstverständlich wurde in diesem spiel auf alles geachtet alles wie es gerade ist extra so da hat sich der erklärer mag schleich werbung ja wirklich etwas einfallen lassen was das klingt selbstverliebt naja das hat er eigentlich nur dahin geschrieben um professionell zu werden nun denn du bist nun genug gebildet ich will ja auch nicht alles verraten männer sprengt das teil ok alle bereit machen 3 2 1 das war der hammer nun feier macht's gut bus ok was gut und die türe mit ja amusant hier direkt schon mal hier ein bisschen gesprenger und so der schule ist abge abgesprengt hier kaputt gemacht kann ich um lang da war ich noch gar nicht wenn wenn du die lücken bei den stein dort hat wenn du in die lücke bei dem stein dort gehst siehst du den schwarzen rand extra weise wird eingebaut eine sprengung am morgen vertreibt die gedanken an die quälenden kinder zu hause ich bin krachbohm ente ja die haben wir schönen haben aber dies die weste ich hatte was mit deinem daddy ja schön dass du versuchst wollen die die hatte also die die zu gefällt mir schon also kann ich ja noch sagen es schon aus gehorchen mir endlich und bewegt ein arsch hierher wo ein guck weil 50 staubs weit ist denn staubs der ball lag da wohl schon etwas länger staubs habe ich jetzt gerade richtig gelesen in einer wollte schon hin es ist ein staubs staub eine ordentliche portion staub kann ich nur wegschmeißen wie scheiße ein neues item leute staub gibt es jetzt auch komm komm schon ich schaff das alter tisch ab ich lege hier gerade eine wurst man das geht sie unten gehe aus dem weg was ist denn ein problem alter dass du so komisch riechst und verdammt ich gehe schnell nach hause duschen der himmlische geruch von dem typ hat mich angezogen du hast die stinker versaut du hund du hast die stinkparty ruiniert hier ist ein stinktreffen du hast es ruiniert ein stinktreffen wie kommt man auch so eine idee ach ja das ist auch noch cool kommt hier voll wie immer was machst du meinem haus nun wenn du schon einmal hier bist ich bin lesbisch und dies ist ein modell ja 10 millionen die stunde wie wir erst ich habe nicht so viel geld zu 14 millionen komme ich ja noch mal zurück wenn es hier wirklich was gibt aber ich muss sagen in grün sieht sie eindeutig hübscher aus als wie im pink okay die kann man sich anlammern oha die pfadfinder haben ein raubi gefunden und fühlen sich wie wasser als ich sie lassen sich zur zeit von nichts aus dem konzept bringen machte keine aufnung wir werden nicht mit dir reden uha jetzt lass mich in ruhe mit einem minimum ich brauche mein täglich vodkahl keine ahnung ja da oben ich gehe jetzt mal hier rein hallöchen labor und es ist dunkel hey hey du musst die neue sein naja ist mir eigentlich relativ kacke wer du bist ich bin blank mein ganzes geld ging für diese vier säulen darauf eigentlich wäre es meine aufgabe der pokémon zu ihm aber ich habe keins verdammt was guckst du so traurig hör auf zu flamen verziehe ich alter es ist von innen abgeschlossen entschuldigung ist das denn habe ich erschreckt ich hoffe nicht der professor ist etwas launisch macht ihr nichts drauf hier ich mache den vorschlag kommt zu meiner privaten insel oberhalb des labors da gebe ich dir ein pokémon wie heißt ich kann zaubert gucken oha tricky tricks hier eingebaut oder was hey willkommen auf meiner privaten insel die ist sowas von groß erkannt ist in der traum will darauf bauen ich zeig dir mal den trick ich lasse ich hier erst hier runter wenn du dir ein pokémon ausgesucht hast und mich dann wieder angesprochen hast warum ich das mache weil ich jetzt lust habe dieses dieser pokémon enthält ein gekritzel nee dieser pokémon enthält ein vieh dann nehme ich doch das vieh nee so jetzt gucke ich mir das erstmal an das vieh er das sieht aus wie ein griffe der kann ja schon alle attacken knarf knarf entspricht der attacke kratzer kampf 1 version 1 der kampfattacke faucher auch das ziel so enorm an also heuler version 1 der attacke psycho alles klar so gibt es hier noch mehr oder was und das ok auf level 6 ok gut du hast also oha schlechter konnte schlechter konntest du wohl nicht auswählen was nun viel glück auf dem weiteren weg hahaha na danke du bist aber nett ach du heilige scheiße das raubi hat die fahrtfinder aufgefressen es ist sein geht man die politik raubi rennung einfach leben bitte fress mich nicht fack nicht mein wein ist viel ok hat die oma gefressen das lassen wir doch nicht zu ja wir schnappen wir dich ein hässler noch level 2 los die letzte psycho 1 1 und jetzt hat eine ganz schöne ein kritiker hit genau wie sieht mit kampf 1 aus ok nochmal psycho 1 oder genau genau was sie für xp alter ok das ist dann wohl das neue level system ich habe dich beobachtet du flittchen du kämpfst ja richtig gut manuern hier ich schicke dich raus erhält im pokédex im pokédex werden alle pokémon angezeigt die du gesehen hast bleibt aber lag hier hast du noch die turbo trete eilt die turbo dritter bist jetzt zufrieden oder was was hast du denn was guckst du so fuck wieder so ein kassler lass mich doch durch nein du hast mich beleidigt nein das hat mich schön schöne welt es hat ihn aufgefressen dafür wirst du bezahlen der south chaos psycho 1 kritik mit auch wir haben keine hut ich glaube ich verlieren und wir waren schneller nein haben wir irgendwas staub aber das bringt da wir sind schon gut level 3 hat uns gebaut der richtig von den 48 oh mein gott okay wohin geht nach hause ja leute das war schon der erste part von let's play marcus edition oder marcus edition und wir sehen uns dann im nächsten part wieder wenn es wieder heißt let's play pokemon